. Telezüri bereit, ja. Trotz 30 Jahre sind wir sauren Kleine. Weil die Standard & Poor's unsere Bank zurückstufen weint. Ich habe gerade angerufen, die sollen das sein lassen. Entschuldigung meint, das ist nur wegen der Kilo. . . . . . . Ich wollte auf die SVP-Liste. Ganz ohne Stress. Oh! Da müssen Sie den Namen wechseln. Am besten Hess. . Wird die Väterchen wirtschaften bei euch so eng sein, müssen sie mindestens ein Cousin eng sein. . Noch ein von denen. Er ist ein Blocher am Stutz, der Toni, dann wird es ruppiger. . 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 Der Platzwart in München von der Allianz Arena. Wird es vom Sommer weg dann nicht mehr so schön haben. Er muss jeden Tag sein Räselchen meilen, damit sie den Shakiri von der oberen Reihe sehen. Das ist die Wunsch, dass das auf dem Helge ein Hannelie sein könnte. Die FDP hat der Wahl zittrig gejuckt. Mit mehr Fehlern als der Gemeinde-Kalienter, das ist ja viel. Mit Schreiner, Studenten und auch Chemiker, quasi ein Vereinsorgan der Legastheniker. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus